Vigna Ventes Quero wurde erst 1998 gegründet, gehört aber schon jetzt zu den Top 5 Weingütern Chiles. Mit der Reserva Es Spezial zeigt das Weingut Welch enormes Potenzial die Rebsorte Carmener in dem etwas kühleren Anbaugebiet Colchagua Valley besitzt. Dieser Wein strotzt nämlich nur so vor Saft, Kraft und Frucht. Außerdem zeigt er sich wunderbar ausgewogen und sehr samtig. Völlig zu Recht trägt er den Namen Reserva Es Spezial.